Ja, also wir werden schon öfter gefragt, ob wir selbst vom Rettungsdienst sind oder auch hauptamtliche Mitarbeiter. Natürlich erläutere ich auch immer den Leuten, dass wir hier vom Mitgliederservice sind, dass wir unsere Ausweise dafür haben und wirklich nur in der Öffentlichkeit dafür stehen und wirklich aktiv die Leute dafür begeistern können. Weil für mich persönlich wäre es nichts, ich würde nur umfallen, deswegen animiere ich die Leute lieber dazu.